Musik Yo Leute und damit herzlich willkommen zu einem und weiteren Wall-O-Bridge Video auf meinem Kanal. Und heute zeige ich euch, wie ihr euch in die Tankstelle hier reinglitschen könnt. Also, falls ihr Kopfgeld habt, wäre es der perfekte Glitch für euch. Dann würde ich mal sagen, fangen wir direkt an. Ihr müsst ja von dieser Location herkommen mit einem etwas größeren Auto, zum Beispiel diesen SUV hier, und parkt ihn einfach mal vor diese zwei Eingangstüren. Jetzt müsst ihr nur auf die Motorhaube draufklettern. Zuerst mal dachte ich, der Glitch wurde gepatcht, aber jetzt könnt ihr sehen, dass der Glitch trotzdem noch gewirkt hat. Also, ihr seid jetzt in diesem kleinen Laden hier drin, in dieser Tankstelle, und könnt jetzt einfach Scheiße damit anstellen. Jetzt zeige ich euch noch ganz schnell, wo ihr rausschießen könnt und wo nicht. Bei dieser Tankstelle gibt es zwei Teile, die linke und die rechte Seite. Und wir befinden uns jetzt gerade an der rechten Seite der Tankstelle, und euch hier könnt ihr nicht rausschießen. Also, ihr gebt euch jetzt einfach mal an die linke Seite, und schon könnt ihr sehen, wie ihr zum Beispiel hier jetzt die Tanker abknallen könnt und so eine Scheiße. Also, jetzt zeige ich es euch noch mal. Ihr könnt ja auf jeden Fall nicht rausschießen. Also, dann geht ihr einfach nur nach links, also das ist auch keine, es ist einfach eine unsichtbare Wand. Und jetzt könnt ihr hier rausschießen. Also, Leute, richtig geil, falls ihr mal Kopfgeld habt. Ich hoffe, euch hat es euch gefallen. Ich lasse euch jetzt noch mit dem Gameplay allein, damit ihr ein bisschen noch diese Tankstelle von innen bewundern könnt. Ich bin auf jeden Fall raus, Leute. Und danke nochmal für 140 Abonnenten, Leute. 150 Abonnenten-Special ist auf jeden Fall safe. Ich hoffe, wir schaffen noch nächste oder diese Woche, also, morgen ist ja leider wieder Montag. Auf jeden Fall, Leute, hoffe, ich hätte es euch gefallen. Dann, hoffentlich schaffen wir jetzt dann noch nächste Woche oder übernächste Woche 140 Abonnenten. Dann verabschiede ich mich nochmal, Leute. Tschüss und haut rein.